Wir haben uns mit den Frauen beschäftigt und das ist auch wichtig und das müssen wir auch weiterhin tun. Aber es gibt eben auch Männer, die wir auch erforschen müssen, wenn es um die Geschlechterverhältnisse geht. Ich bin Soziologin. Ich habe Soziologie studiert in Köln, habe dann in Bielefeld promoviert und lehre jetzt an der Uni Duisburg-Essen. Meine Schwerpunkte sind soziale Ungleichheit und Geschlechterforschung. Ich beschäftige mich sehr viel mit Geschlechterforschung in Organisationen. Eines der Themen ist Väter, ein anderes Thema ist Frauen in Führungspositionen und mich interessiert auch, wie es in anderen Ländern aussieht. Aus der Sicht der Geschlechterforschung habe ich mich lange mit Frauen beschäftigt. Auch die Geschlechterforschung hat das lange getan. Allerdings habe ich irgendwann gemerkt, gerade beim Thema Frauen in Führungspositionen, dass Frauen immer mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbunden werden. Und dann habe ich gemerkt, Frauen alleine, da gehört eigentlich noch jemand anders zu. Familie, da gehören auch Väter zu. Väterforschung ist wichtig, weil es um Gleichberechtigung geht. Es geht um Gleichberechtigung von Frauen und Männern und es geht um die Frage, wer in welcher Form seine oder ihre Lebensziele verwirklichen kann. Und das ist ein Thema der Ungleichheit oder der Gleichberechtigung. Und das gilt für Frauen, für Lebensziele im Beruf, aber auch in der Familie und das gilt auch für Männer. Es gab immer Väterforschung in der Geschlechterforschung, auch in der Frauenforschung, aber eben nicht viel. Es gibt Väterforschung im Kontext der Frauenbewegung. In Deutschland gibt es Untersuchungen aus den 1990er Jahren, die sich damit beschäftigt haben, wie reagieren eigentlich Männer auf die Frauenbewegung. Das war dann eher Männerforschung, die dann weiterentwickelt wurde in Richtung Väterforschung. Und so etwas Ähnliches hat gleichzeitig in anderen Ländern auch stattgefunden. In den USA, in Skandinavien vielfach. In Skandinavien ist auch die Geschlechterforschung sehr gut ausgeprägt, in den USA auch, in den englischsprachigen Ländern insgesamt. Und in der Geschlechterforschung ist dann eben auch die Väterforschung entstanden. Das kam zu einer Zeit, als entdeckt wurde, wir haben uns mit den Frauen beschäftigt. Und das ist auch wichtig und das müssen wir auch weiterhin tun. Aber es gibt eben auch Männer, die wir auch erforschen müssen, wenn es um die Geschlechterverhältnisse geht. Also um die Arten und Weisen, wie Frauen und Männer miteinander leben und wie die Gesellschaft strukturiert ist. Außerdem hat die Väterforschung einen direkten Nutzen für die Familienbildung und vor allem für die Väterbildung. Und da wird sie aus meiner Sicht im Moment noch zu wenig wahrgenommen, indem eben zielgerichtete Bildungsangebote für Väter geschaffen werden. Denn Väter fühlen sich dadurch immer noch nicht so abgeholt, wie sie gerne abgeholt werden würden oder wie sie abgeholt werden können. Da kann die Familienbildung sehr stark profitieren, weil die Forschung eben schon relativ lange weiß, dass Vatersein nicht Vatersein ist, dass man Väter nicht über einen Kamm scheren kann, sondern dass es sehr unterschiedliche Typen von Vätern gibt, die auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und darauf müsste Väterbildung stärker ausgerichtet werden und auch Väterberatung. Die Väterforschung in Deutschland hat sich seit den Anfängen, Anfang der 2000er Jahre, Ende der 1990er Jahre eigentlich ganz gut entwickelt. Wir wissen, dass Organisationen eine große Rolle spielen dabei, ob Väter ihre Wünsche verwirklichen können, aktive Väter zu sein. Wir wissen auch, dass viele Väter den Wunsch haben, aktive Väter zu sein. Und wir wissen auch, dass es einen großen Widerspruch gibt zwischen dem Wunsch, aktive Väter zu sein und zwischen den Praxen von Vätern. Und das ist in der Väterforschung inzwischen auch etabliertes Wissen. Also wir wissen, dass die Zahl der Väter, die Teilzeitarbeiten, extrem gering ist, unter 10 Prozent. Und die meisten Väter, die Teilzeit oder die meisten Männer, die Teilzeitarbeiten, tun das, um sich weiterzubilden. Oder sie sind in Altersteilzeit, aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz nimmt aus Familiengründen Teilzeit. Wir wissen auch, dass die Organisationen dabei eine große Rolle spielen. Wir wissen auch, dass der Familienkontext eine große Rolle spielt, dass eben immer noch Mütter verstärkt die Familienarbeit übernehmen. Wir wissen, dass es Prozesse gibt, bei denen Mütter die Vorherrschaft über die Familie übernehmen oder die Expertise für die Familie übernehmen und dann den Männern sehr genau sagen, was sie zu tun haben. Die Forschung nennt das Maternal Gatekeeping. Also die Mutter ist dann die Torwächterin, wenn es darum geht, ans Kind ranzukommen. Und wir wissen, dass viele Väter von ihrem Umfeld und eben von ihren Arbeitsorganisationen auch demotiviert werden, aktive Väter zu sein. Also dass Väter in der Umwelt auch als Weichei bezeichnet werden oder gefragt werden, ob es mit ihrer Karriere nicht geklappt hat, wenn sie Väterzeit nehmen. Und wir wissen auch, dass Väter, wenn sie in traditionellen Familienverhältnissen leben, also mit einer Frau, die ihre Arbeit reduziert hat, mit der sie normal verheiratet sind, mit der sie Kinder haben, dass diese Väter statistisch gesehen mehr verdienen als kinderlose Männer. Wir wissen auch, und das ist neu, dass Elternzeit, zumindest diese zwei Monate Elternzeit, die Väter als Vätermonate nehmen können, Väter karrieretechnisch nicht schadet. Da gibt es ganz aktuelle Projekte zu. Wir wissen aber, dass Teilzeitarbeit und dass Teilzeitarbeit Vätern auf jeden Fall beruflich schadet und dass längere Elternzeiten von zwölf Monaten Väter in einigen Fällen schaden und in anderen Fällen nicht. Wir wissen aber noch nicht genau, woran das liegt und in welchen Fällen genau. Wir können es uns aber denken. Und wir wissen, dass es bestimmte Väter gibt, die größere Möglichkeiten haben, ihre Wünsche, aktive Väter zu sein, umzusetzen als andere Väter. Also Väter zum Beispiel, deren Qualifikationen einen hohen Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt haben, die gefragt sind im Unternehmen oder außerhalb ihres Unternehmens, die können es eher wagen, ihre Familienvorstellungen zu verwirklichen als Väter in prekären Beschäftigungsverhältnissen mit befristeten Verträgen, Väter in austauschbaren Positionen. Das ist zum Beispiel etabliertes Wissen, was wir haben. Und überhaupt ist die Väterforschung in Deutschland gar nicht so viel weniger weit als in anderen Ländern. Klar, die Väterforschung in Skandinavien ist weiter als in Deutschland, aber die Väterforschung in Italien oder in Japan ist noch viel mehr in den Anfängen begriffen als in Deutschland. Also wir können eigentlich ganz zufrieden sein mit den Erkenntnissen, die wir haben, aber es gibt immer noch jede Menge Forschungsthemen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017